ja so weiter geht's mit ja er hat die Gäste Boren so heute mit auch einer weiteren Folge ja ich weiß es kommt Nicht so oft, weil auf Spore... Spore spiele ich nur, wenn ich Bock habe. Weil wenn ich Spore spiele, ohne dass ich Bock habe... Äh, okay. Schaut einfach keiner zu. Du musst essen. Drei... Soltet. Aber ne. Egal, was ist denn? Greift das da auf Pink? Greift das da auf das Pinkdorf an. Äh. Äh. Ist das so gerade irgendwie hinzukommen? So. Ne, hier nicht. Das Pinkdorf. So, zuerst einmal noch ein Vollessen. So. 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 So, ist brav. Du musst stark sein für den Kampf. Essen alle? Haben alle gegessen? Ja. Mein Güter, ich will zum Pinkdorf. Nein. Du bist da... so. Alle bis auf einer. Aber kinder ich mich. Oh, nein, das ist so. So. Jetzt wird's spannend. Äh. Äh. Du greifst mal hier. Denia. Du denia. Du denia. Dann wirst du mal den. Suchen nachher. So. So. Du, 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 du denia. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Ah. Alles ist so, mit dem. Der hier, ich hoffe, du dort hier gehst. Und der hier, da wird den attackieren. Und dann, da geht der hier auch noch den. Dann, okay, der hier weiter den. Der hier den. Oh, das ist ein Schwach. Uh, es gehen welche drauf. Scheiße, die sind so nicht so schön. Der hilft ihm. Alter, der Bugs. Hier, Hilfe ihm. Gib ihm. So. Attacke, Junge, Attacke. So. Dann. Äh. Es geht ja ziemlich schnell eigentlich. Boah. Wenn er schon ihn geschaffen. Zu gewinnen. Der kümmert sich um den. Und der hier kümmert sich um die wilden Tiere. Komm. Der klaut unser Futter. So. 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 Jetzt attackiert. Das Dorf. Kommt schon. Dann. Der hat sich ein Schwach. Dann. 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 Also. Dann. 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 Kitaschen weiter ich schaue mal zu unserem Haus ob der das verteidigt hat ja okay wir haben das hier gleich besiegt ja geil 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 haben wir die mal besiegt haben wir einen zweiten Kampf Tiki so alle nehmen es mit wirklich alle dabei mache ich hier und sind ein paar neue Kinder so okay hallo alienschiff du hier attackierst dir du hier auch ach ach kann man das schon los zu messen So 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 ja so hat der Kunde ja was gut der muss auf jeden Fall mal essen durch und dann geht auch hier der auch der hier der kriegt hier noch Waffen der kriegt Angstbäre dabei bauen wir hier noch ein bisschen aus Wuschbäre so war auch noch da hat sich lieber ein Wuschbär so und es sollten mal ein Paar die Hälfte hier auf die Jacke bis sie essen holen der kümmert sich aber hier der hier um den der hier um den so und der hier um den der hier um den äh warum sind hier nur drei so na kommt ihr holt auch noch du holst auch noch Essen du auch angreifst angreifst in Sicht scheiße ist nicht so schön wo und wo kommen die angreifst hier um den du hier um den du hier um den und du hier um den einen feiert das sterben der gewerbten du musst fliehen das macht der hier muss ich vollfressen gehen dann holen sich die dreimal hier bisschen was zum essen so gut der sollte sich echt schön vollfressen ich hab mir ein Thema gestellt mit einem Sekunden und das ist wir haben keine richtigen Paar aber egal gut wir sollten sich die auch alle wollen vollfressen eigentlich können sich alle vollfressen und mit dem blauen würde ich mich jetzt hier gern nicht anfangen mit denen nicht da vielleicht mit dem grünen so und soll mit dem grünen so sie die grünen schnitt sind die wir kommen gleich ein paar jahre was kommt kommt meine freundin du auch noch sie können zu Hause bleiben falls noch wer angreifen kommt und so ja angreifen sich das ist natürlich nicht so schön dann bleibt der auch noch hier und uff es sind viele äh sind die meine güte ich komme mit der mit der steuerung überhaupt nicht zurecht ich finde nicht zu unserem dorf oh oh so komme ich dorthin okay so 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 du sollst er solltet man uns ein bisschen auf dem die hier können er hat das ist jetzt natürlich scheiße dann können wir uns jetzt kümmern sich halt mal alle ziehen die hier mit den Babys machen wachs kommt schon müssen alle wachsen verteidigen so rüste dich aus alter nice baby scheiße nice baby hol dich mal ein bisschen was zu essen wir haben jetzt echt scheiß wenig scheiße 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 tapfere kämpfer seid ihr aber egal das war es auch mit diesem part und ich hoffe es hat euch gefallen und ja also dann tschö es solltet ihr